MC Doniels flog begrüßt alle Zuhörer. Heute habe ich diesen Artikel von CNN extrahiert und ins Deutsche transkribiert. Fleisch ohne Schlachtung. Hier finden Sie alles, was Sie über Fleisch aus Laboranbau wissen müssen. Bald werden die Amerikaner in der Lage sein, Hühnchen zu probieren, das direkt aus Hühnerzellen stammt, statt, nun ja, Hühnchen. Am Mittwoch gab das USDA Upside Foods und Good Meat grünes Licht, mit der Produktion und dem Verkauf ihrer im Labor gezüchteten oder gezüchteten Hühnerprodukte in den Vereinigten Staaten zu beginnen. Lauf aber noch nicht gleich zum Supermarkt. Es wird noch eine Weile dauern, bis Sie zellbasiertes Fleisch im Handel kaufen können, in einem Restaurant dürften Sie es aber schon früher probieren können. Hier finden Sie alles, was Sie über Fleisch aus Laboranbau wissen müssen. Was ist es? Kurz gesagt handelt es sich bei im Labor gezüchtetem Fleisch oder kultiviertem oder zellbasiertem Fleisch, um Fleisch, das aus tierischen Zellen entwickelt und mit Hilfe von Nährstoffen wie Aminosäuren in riesigen Bioreaktoren gezüchtet wird. Dies geschieht in einer Produktionsanlage, die einer Brauerei sehr ähnelt. Wenn Sie sich das vorstellen, denken Sie nicht an Menschen in weißen Kitteln und Harnetzen, die durch Mikroskope in Petrischalen blicken, sondern an Menschen in weißen Kitteln und Harnetzen, die zwischen riesigen Bottichen umherwandern. Wenn das Fleisch fertig ist, holen die Unternehmen es aus den Bioreaktoren ab und transportieren es entlang der Verarbeitungslinie. Das Protein von Good Meat sieht einem gehackten Huhn sehr ähnlich, wenn es extrahiert wird, sagte Andrew Neuss, Leiter für globale Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten beim Good Meat Mutterkonzern E-Just. Was ist daran so toll? Einerseits bedeutet die Züchtung von Fleisch aus Zellen, dass Menschen Fleisch essen können, ohne Tiere schlachten zu müssen. Abseits fühlt es erklärt, dass Zellen, die es aus einem befruchteten Hühnerei sammelt, in seiner Zellbank gespeichert werden und mindestens zehn Jahre lang verwendet werden können. Tierzellen können unter anderem aus Tierbiopsien oder sogar Federn stammen, sagte Neuss. Es gibt auch Umweltaspekte. Die Landwirtschaft, insbesondere die Tierhaltung, ist für einen erheblichen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich, die zum Klimawandel beitragen. Eine Überarbeitung dieses Systems könnte die Belastung für den Planeten verringern. Um kultiviertes Fleisch herzustellen, ist der Energiebedarf hoch, sagte Böse Friedrich, Präsident und Gründer des Good Food Institute, einer gemeinnützigen Gruppe, die alternative Proteine fördert. Dennoch werde dieser Energiebedarf durch die Reduzierung des Land- und Wasserverbrauchs und andere Vorteile ausgeglichen, sagte er und fügte hinzu, erneuerbare Energien sind die Art und Weise, wie wir den größten Klimavorteil erzielen. Wenn kultiviertes Fleisch in großem Maßstab produziert wird, könnte dies auch eine Lösung für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung bieten. Ist es vegetarisch? Nein. Im Gegensatz zu pflanzlichem Fleisch wie den Produkten von Impossible Foods und Beyond Meat, BYND, verwendet kultiviertes Fleisch tierische Zellen und gilt daher nicht als vegetarisch. Da kultiviertes Fleisch aus Zellen und nicht von Tieren mit Darm stammt, ist es nicht den Schadstoffen ausgesetzt, die traditionell geerntetes Fleisch befallen können, bemerkte Friedrich. Das bedeute, dass kultiviertes Fleisch frei von E. coli und Salmonellen sein sollte, sagte er. Fleischesser, die sich über solche Risiken Sorgen machen, bevorzugen möglicherweise kultiviertes Fleisch. Doch wer den Fleischkonsum gänzlich reduzieren möchte, wird hier keine Lösung finden. Schmeckt es also wie normales Fleisch? Im Grunde ja. Das sagt die ehemalige CNN-Reporterin Julia Horowitz, die einen zellbasierten Fleischbällchen des britischen Unternehmens Ivy Form Technologies probierte. In ihren Worten war das Fleischbällchen etwas dicht und etwas kleiner, nicht gerade die klassische Version, die man sich in einem italienischen Restaurant auf der Zunge zergeht. Sie bemerkte jedoch, dass es wie traditionelles Fleisch schmeckte und der geschmackvoll und herzhaft war. Ein Knet-Reporter, der das Zuchthohn von Upside Foods probierte, sagte, das schmeckt tatsächlich nach Hühnchen. Andere, die das kultivierte Huhn von Good Meat probiert haben, das 2020 in Singapur zum Verkauf zugelassen wurde, reagierten ähnlich. Was ist in den USA zugelassen? Am Mittwoch genehmigte der Lebensmittelsicherheits- und Inspektionsdienst des Oster die Anträge von Upside Foods und Good Meat auf Gewährung einer Inspektion. Solche Anträge werden nach einem strengen Verfahren genehmigt, zudem auch die Bewertung des Lebensmittelsicherheitssystems eines Unternehmens gehört, so ein FSIS-Sprecher. Die aufstrebende Kulturfleischindustrie wird sowohl vom Oster als auch von der FDA reguliert. In den letzten Monaten haben die Behörden die Produkte Schritt für Schritt zugelassen. Im November veröffentlichte die FDA einen No-Questions-Brief an Upside Foods, in dem sie im Wesentlichen erklärte, dass sie keine weiteren Fragen zur Sicherheit des Produkts habe. Und hält es daher für unbedenklich für den Verzehr? Good Meat erhielt im März einen ähnlichen Brief. Dann, im Juni, erhielten beide Unternehmen die Osterzulassung für ihre Etiketten. Das bedeutet nicht, dass die Schleusentore zwangsläufig für alle Arten von Kulturfleisch geöffnet sind. Wir müssten einen weiteren Regulierungsprozess für Rind- und Schweinefleisch oder jede andere Art von tierischem Protein durchlaufen, sagte Neues und wies darauf hin, dass sich Good Meat in einem frühen Stadium der Entwicklung von kultiviertem Rindfleisch befindet. Wann kann ich es ausprobieren? Bald. Naja, bald und nur, wenn sie sich in bestimmten Gebieten befinden. Wedger Upside Foods noch Good Meat haben ein Datum genannt, wann ihre Produkte erhältlich sein werden, aber beide haben einen Plan, um die Produkte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und Good Meat gab am Mittwoch bekannt, dass die Produktion sofort begonnen habe. Good Meat gab zuvor eine Partnerschaft mit dem Küchenchef und Gastronomen Fosse Andres bekannt, um das Produkt in ein Restaurant in Washington, DC zu bringen, und arbeitet mit seinem Team an einer Markteinführung im China-Chilcano. Wenn die Produktion ansteigt, erwägt Good Meat möglicherweise, eine Partnerschaft mit anderen Restaurants oder die Einführung im Einzelhandel. Aber die Markteinführung eines Supermarkts sei in weiter Ferne, sagte Neues. Upside Foods plant, sein Produkt in Barquen, einem Restaurant in San Francisco, vorzustellen, hat jedoch noch keinen Starttermin bekannt gegeben. Der Verkauf bei Barquen sollte Upside Foods dabei helfen, mehr darüber zu erfahren, wie Köche und Gäste über das Produkt denken, sagte ein Vertreter. Schließlich plant das Unternehmen, mit anderen Restaurants zusammenzuarbeiten und seine Produkte in Supermärkten erhältlich zu machen. Derzeit veranstaltet Upside Foods einen Wettbewerb, um neugierigen Kunden die Möglichkeit zu geben, zu den Ersten zu gehören, die das Produkt in den USA probieren. Wie viel kostet die Herstellung? Eine Menge. Die Entwicklung des ersten im Labor gezüchteten Burgers, der vor einem Jahrzehnt auf den Markt kam, kostete über 300.000 US-Dollar. Das britische Unternehmen Ivy Form sagte letztes Jahr, dass es ein ähnliches Produkt für weniger als 50 US-Dollar herstellen könne, wie CNN zuvor berichtete. Das ist eine radikale Verbesserung, aber es ist immer noch viel mehr, als ein herkömmlicher Bürger kostet, und stellen Sie sich den Aufschlag vor. Neues nannte keine konkreten Zahlen, merkte jedoch an, dass die Erreichung der Preisparität für uns sowohl im Hinblick auf die Warenkosten als auch auf die Produktionskosten eine große Herausforderung darstellt. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen einen Weg dorthin habe. Der Bau der Anlagen, die Skaleneffekte ermöglichen würden, werde teuer sein, bemerkte Matthew Walker, Geschäftsführer für Ernährung und Landwirtschaft bei S2G Ventures, einer missionsorientierten privaten Kapitalgruppe. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, zu zeigen, dass man Produkte zu einem bestimmten Preis pro Pfund herstellen kann, die für einen bestimmten Teil der Verbraucherbasis schmackhaft sind, sondern auch, dass man das entsprechende Renditeprofil der Vermögenswerte nachweisen kann, sagte Orke. Unternehmen müssen außerdem nachweisen, dass sie über ein skalierbares, wiederholbares Modell verfügen, betonte er. Wie viel wird es für mich kosten? Unklar, aber es sieht so aus, als ob dieses erste Angebot trotz der hohen Produktionskosten nicht allzu teuer sein wird. Das Zuchthähnchen von Good Meat wird zu einem leichten Preisaufschlag oder vergleichbar mit anderen Hähnchenprodukten in einem José Andrés Restaurant angeboten, sagte Neues. Um es klarzustellen, unser Unternehmen verdient mit diesen Verkäufen kein Geld, wir erleiden einen Verlust, sagte Neues. In diesem Stadium wollen wir es rausbringen. Wir möchten, dass die Leute es probieren, wir möchten, dass die Leute es erleben, wir möchten, dass die Leute ihren Freunden und ihrer Familie davon erzählen. Letztendlich wollen sowohl Good Meat als auch Upside Foods Produkte zum gleichen Preis wie herkömmliches Hühnchen oder sogar günstiger an Verbraucher verkaufen. Upside Foods gab an, die Produktionskosten nicht bekannt zu geben, merkte jedoch an, dass sein Produkt im Vergleich zu herkömmlichem Hühnchen mit einem Aufpreis verkauft werde. Kristen Rogers von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen. Das Zitat hört hier auf, seien Sie gespannt auf die nächsten Zitate. MC Donnells flog Das Zitat